Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man mit ErwinFew Bilder für Stable Diffusion in ein quadratisches Format bringt. Das Problem ist ja oft, dass man Hoch- und Querformatbilder hat, die man dem Stable Diffusion zum Trainieren geben will. Um zu vermeiden, dass Stable Diffusion Teile davon wegcroppt, oben und unten etwas wegmacht, weil es ja so ein quadratisches Format ist, gibt es eine Möglichkeit, mit ErwinFew die Bilder zu konvertieren, sodass keine Verluste entstehen und sie trotzdem ins richtige Format zu bringen. Das heißt, wir haben also nachher hier zum Beispiel oben einen schwarzen Rand und unten einen schwarzen Rand und links einen schwarzen Rand und rechts einen schwarzen Rand, aber die Bilder haben dann alle die richtige Auflösung. Momentan sind es Bilder, die sind relativ hoch aufgelöst, wie man hier sieht, 5000 auf 3712 und das zeige ich euch jetzt. Okay, wir gehen also in die Batch-Verarbeitung von ErwinFew. So, hier habe ich jetzt die Bilder, ich füge die alle dazu und dann habe ich folgende Einstellung, natürlich konvertieren und umbenennen und dann irgendwie einen vernünftigen Namen geben und hier auf Advanced Resize und hier gibt man die Größe ein und zwar für die lange Seite stellt man jetzt zum Beispiel 512 ein, man kann auch 768 nehmen, wenn man ein anderes Model benutzt. Also, das ist die eine Sache und das zweite ist jetzt hier bei Setting Canvas Size, nehme ich die Methode 2 und sage ihm jetzt hier, bitte alles auf 512 und zentrieren und dann war es das schon, ich starte die Batch und habe jetzt hier in meinem Export-Folder die Bilder. Jetzt sieht man, ist oben ein schwarzer Rand, unten und hier bei den Hochformaten links und rechts und die Bilder sind auf 512 mal 512 und Stable Diffusion rendert dann tatsächlich bei diesen schwarzen, diese schwarzen Teile werden nicht berücksichtigt, die werden dann ausgerendert, also ich habe das bisher noch nicht gehabt, dass ich dann da irgendwie einen schwarzen Rand hatte, das war es. Vielen Dank.